Servus, mein Name ist Johannes Lochner, ich bin Bobpilot. Gerade sind wir hier an der Bobbahn am Königssee. Ihr seht selbst im Hintergrund, wir haben ein geiles Wetter, super Landschaft. Es ist einfach genial für solche Wettkämpfe hier. Wir haben am 2. bis 6. März die Special Olympics 2020 im Berchtesgaden. Es würde mich mega freuen, wenn ganz viele von euch vorbeikommen und den wunderbaren Athleten zuschauen, die Daumen drücken und anfeuern. Bald geht's los. Ich würde mich sehr, sehr freuen, euch alle zu sehen. Macht's das gut, bis bald.